Servus liebe Bulldog Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mit Patch 9.1 bekommen wir im neuen Raid, dem Sanktum der Herrschaft, einige Items, auf denen Sockelplätze sind. Und in diese Sockel können wir wiederum Edelsteine einsetzen, die uns boosten. Dann setzen wir drei einer selben Farbe ein, gibt es noch einen Set-Bonus. Das Ganze kann unseren Char also wesentlich stärker machen. Wichtig dabei ist aber, diese Set-Boni beispielsweise wirken nicht überall, sondern nur im Raid, in Torgast, im Schlund. Nicht unbedingt in der Inni. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen, wenn wir raiden, möglichst viele Ausrüstungsslots haben, wo wir diese Shards of Domination, wie sie heißen, herbekommen können. Aus diesem Grund wird es so sein, dass wir eventuell unsere Legendary-Items umschmieden müssen, beziehungsweise Legendaries auf einen neuen Slot packen müssen. Denn das hat einen besonderen Grund. Es kann auf bis zu fünf Slots diese Sockel sein für die Shards of Domination. Und natürlich wollt ihr alle fünf anziehen. Ihr könnt zwar von jeder Farbe nur drei Edelsteine einsetzen, dann habt ihr aber den Set-Bonus und danach könnt ihr von den anderen beiden Farben noch beispielsweise die DPS-Dinge einsetzen für den maximalen Gain. Also das solltet ihr auf jeden Fall schon mitnehmen. Helme, Schultern, Brust haben jeweils diese Sockel. Und die anderen beiden Slots hängen davon ab, wo oder welche Rüstungsklasse ihr besitzt. Für Stoffträger ist das Ging auf den Armschienen und Gürtel, Leder auf den Handschuhen und Schuhen, Platte ist auf Gürtel und Schuhen und Kette. Habe ich jetzt Platte gesagt? Kette. Und jetzt Platte, Armschienen und Handschuhe. Also wie bereits gesagt, ihr wollt eigentlich diesen Sockel auf jeden fünf verschiedenen Slots. Und das kann jetzt dafür sorgen, dass ihr eventuell euer Legendary neu craften müsst. Vorher war es ja immer so, dass ein Legendary immer auf zwei verschiedene Slots gepasst hat und da konntet ihr sagen, ja, oh mein Gott, ich mache es halt da drauf, wo ich das schwächere Item habe. So habe ich es zum Beispiel auch gemacht. Aber das sieht jetzt dann halt ein bisschen anders aus. Wenn ihr beispielsweise einen Legendary habt, was auf, sagen wir, ihr seid jetzt Stoffi und euer Legendary geht auf Gürtel und Hose und ihr habt es auf den Gürtel gecraftet, wollt ihr dann die Hose haben, einfach damit ihr den Gürtelslot frei habt für diese neuen Sockel-Items. Das ist der Hintergrund dahinter. Natürlich wird es einfacher sein, neue Legendaries zu craften. Ihr kriegt mit 9.1 mehr Seelenasche. Das ist ganz easy. Und ihr könnt theoretisch, wenn ihr jetzt einen Legendary kauft für einen Slot oder herstellt, was ihr noch sockeln könnt, könnt ihr das aktuelle Item nehmen, um einen Sockel hinzuzufügen, da drauf ballern und der bleibt dann theoretisch drauf. Sollte zumindest. Gucken wir also mal an. Ich gehe jetzt nicht überall die Liste durch. Ich crafte euch das. Ich poste euch das in die Kommentare. Hier ist Wowhead durchgegangen. Welche Legendaries, die zumindest useful sind oder aktuell genutzt werden, auf welchen Slot gecraftet werden sollten. Heißt, wir haben hier zum Beispiel Blood Decay, dieses Crimson Rune Weapon, solltet ihr jetzt auf den Gürtel ballern. Sofern verfügbar. Für Heiler wurde das Ganze auch gemacht. Für Melee DPS wurde das gemacht. Für Range DPS gemacht. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel, also ihr könnt euch da ganz einfach euren Speck raussuchen, das Legendary angucken und schauen, wo ihr es im Idealfall drauf craften solltet. Und hier ist es jetzt auch wirklich so, wenn ihr raidet, solltet ihr auch dieser Empfehlung folgen. Es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, ja, craft jetzt auf den Slot, wo ihr das schwächere Item habt. Das war im DPS-Game prinzipiell egal. Jetzt ist es so, wenn ihr wirklich, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Eulen Legendary, Balance of All Things. Ich kann auf die Beine und auf die Füße craften. Ich benutze das Ding auch aktuell. Und ich habe es natürlich auf den Füßen. Für die Füße wird es aber ein Leder-Item geben aus dem Raid, wo ich die neuen Sockel reinballern kann. Wenn ich jetzt mein Legendary weiter auf den Füßen behalte, für die Beine gibt es keine Slots. Mit diesen neuen Sockeln verschwende ich halt am Ende DPS, weil die Kombi aus Legendary auf den Beinen und Füße mit neuen Sockelplätzen einfach viel, viel stärker ist. Und deswegen, inzwischen solltet ihr auch hier wirklich nach der Empfehlung gehen. Teilweise gibt es auch für Legendaries jetzt drei Plätze, wo ihr sie hin craften könnt. Bei manchen zumindest. Also das ist ganz angenehm. Wir haben hier manchmal noch so ein rotes Sternchen dran. Das steht dann Indicates, that you will not be able to recraft this Legendary in the new best slot until after 9.1 launches, which is when the additional slot becomes available. Das heißt letzten Endes so viel, dass ihr dieses Legendary wirklich erst mit 9.1 craften könnt. Denn beispielsweise, hier gehe ich wieder zum neuen Beispiel, das Primordial Arcanic Pulsar steht jetzt dran, Shoulder, Hands, Finger lässt sich craften. Aktuell auf dem Live-Server geht es aber nur auf die Schultern und die Hände. Sprich, ihr wollt in dem Fall warten, bis 9.1 kommt. Dann ist nämlich der zusätzliche Slot auf dem Ring verfügbar. Da knallt ihr drauf und dann habt ihr die anderen Slots frei für die Sockelplätze. In diesem Sinne, ich hoffe es war alles recht verständlich. Guckt es euch gerne mal durch für euren Speck, für eure Klasse. Solltet ihr auf jeden Fall, wenn euer BIS Legendary da dabei ist, demnach verfahren. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Guten Loot heute, wenn ihr das Video seht. Und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.